Ich weiß, das ist doof. Guck mal, stell dir mal bitte die iPhone-Verpackung vor. Komplett weiß, nur das Apple-Logo drauf. Und du willst einen Warnhinweis drauf packen? Ja, ich weiß, das ist doof. Da noch einen Rabattsticker mit dazu und let's go. Dominik. Pascal, wir fangen heute mal anders an. Okay. Sag mal, welcher Generation würdest du dich eigentlich zuordnen? Boah, keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung davon. 90er. 90er ist doch keine Generation. Wie heißt die Generation, die ich bin? Y? X? Bist du noch Gen Z? Nee, Z bin ich nicht. Davor? Davor, auf jeden Fall davor. Also Millennial noch? Ja, Millennial würde ich sagen. Dann wären wir ja die gleiche Generation. Also ich würde mich auch so Millennial, ich vielleicht Gen X. Ja, dann bin ich sowas dazwischen. Dann bin ich so XYZ. Ich glaube. Ja, gibt es Gen Y? Ja, ich glaube schon. Muss ja. Ich glaube, du bist X und ich bin Y. Und die nach uns sind Z. Was kommt denn nach Z? Dann ist er vorbei eigentlich. Wo ist er eigentlich? Oh. Geht's dann wieder bei A los? Vielleicht. Gen A. Gen A. Ja. A ist auch ein guter, guter Überleitung. So. Wir sprechen nämlich heute über das bekannteste, die bekannteste Marke, die mit A beginnt. Marketing Metzger. So. Nein, wir sprechen über Apple. Ja, cool. Und zwar einfach das, was man von Apple lernen kann. So einiges habe ich gehört. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, tatsächlich. Ich habe auch coole Storys, tatsächlich, die ich mal in meiner langjährigen Apple-Erfahrung gemacht habe. Aber ja. Hast du Apple-Produkte? Viele, ja. Ich habe Mac, MacBook, iPhone, iPad, Apple TV. Was habe ich noch? Apple TV? Ja. Die Box? Die Box. Hammer. Spannend. Ja, ist echt spannend. Ich glaube, viel mehr gibt es ja gar nicht, ne? Apple Watch habe ich jetzt noch nicht. Okay, iPad? Ja, iPad habe ich. Okay. Und früher hatte ich alles, was es so gab, ne? iPod. iPod Video, iPod Shuffle, iPod... Ehrlich? Ja. Ich... Alle. Hatte ich gar nicht, ne? Ich weiß noch, mein allererster iPod, dieser grüne, classic, schwarz-weiß, mit diesem Rädchen. Als ich, weißt du, alle denken so, ein MP3-Player, 300 Euro von einem MP3-Player, kannst du doch nicht machen. Ja. Aber dann hast du ihn ausgepackt und dacht so, wow, den werde ich jetzt immer mit mir haben. Und das war dann auch so. Dann hatte ich tausend Songs da drauf, was weiß ich, und ich habe den nicht mehr losgelassen. Und ich habe den immer noch. Ich gucke den immer noch kennen. Der war einfach, der sieht einfach, das war noch was. Der war noch so ein bisschen, ich finde iPhones inzwischen ein bisschen zu leicht. Okay. Ich finde, der war so ein bisschen schwerer, so, du hast da noch was in der Hand, obwohl der kleiner war. Okay. Der war bestimmt so, weiß ich nicht, ein bisschen kleiner, aber es war... Keine Ahnung. Ich bin, ich bin, ich habe die ganze, die ganze Phase iPod gar nicht mitgemacht. Echt nicht? Okay. Nee, ich bin erst später zu Apple gekommen. Okay. Ich habe, ich habe irgendwann mal, bin ich einfach auf den Mac gewechselt, privat auf dem Rechner, weil ich zu dem Zeitpunkt von Windows einfach nur noch genervt war, weil es häufig abgestürzt ist, weil es, äh, verbuggt war. Keine Ahnung, weil die Rechner gefühlt irgendwie nur ein oder zwei Jahre gehalten haben und dann haben sie einfach den Leistungsstandards nicht mehr entsprochen. Und ich hatte das Gefühl, dass es beim Mac nicht so war. Also, dass die auch einfach länger immer noch ihre Leistung gebracht haben. Mhm. Ja. Und dann bin ich auf den Mac gewechselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch mal so als Disclaimer hier, äh, heute ist es nicht mehr so. Ich finde auch bei, beim Mac gibt es mittlerweile, also eben gerade im, wie heißt denn das System, das Betriebssystem vom Mac? OS. Mac OS. Mac OS. Mac OS. Ist nicht mehr ganz so gut, wie es früher war. Das stimmt. Also, zumindest mal Windows, was ist das jetzt, 10? 11? Ja, irgendwie so. 12? Ich glaube, 12 kommt dieses Jahr raus, wenn ich mich nicht irre. Also, kann auf jeden Fall auch schon echt gut mithalten. Also, der Unterschied ist nicht mehr so wie früher. Kann ich nicht so sagen, weil ich es nicht nutze. Ja, ich muss beruflich beides nutzen. Okay. Ich muss auch auf Windows unterlegen sein. Dann hast du den Entwickler. Mac immer noch besser. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade mit den neuen M-Prozessoren habe ich auch schon, also sind so die ersten Probleme ins Haus gekommen. Okay. Rechner stört es ab und zu mal ab, hatte ich vorher nie. Das habe ich nicht. Aber ich finde, es könnte, ich weiß nicht, ich habe auch den M-Prozessor. Das könnte doch noch irgendwie ein bisschen schneller sein, als es ist. Ist bei mir umgekehrt. Also, ich finde, mein Rechner läuft flüssig und schnell. Nur bei bestimmten Sachen schmiert er einfach manchmal ab. Okay. Nee, das habe ich gar nicht. Aber ich habe 64 GB RAM und beim Videoschnitt denke ich trotzdem ab und zu, ach komm, da geht doch noch was. Okay, spannend. Ja. Aber wir wollten uns ja mal so komplett, also wir wollten jetzt gar nicht so tief in dieses Mac-Ding. Genau. Wir wollen jetzt nicht, dass die. Es gibt kein Technik-Podcast hier. Genau. Und wir wollen auch nicht, dass die Apple Aktie abschätzt. So. Wir wollen ja eigentlich über das Marketing sprechen. Genau. Apple ist ja die Marke. Die bekannteste und stärkste Brand der Welt eigentlich. Die kein Jingle hat, wie wir letztens erfahren haben in unseren letzten. Genau. Und jetzt ist die Frage, warum sind die eigentlich so gut und so, wo sie halt da stehen. Ich glaube, darüber reden wir halt, wa? Ganz genau. Cool. Also, ich nehme einfach mal, ich fange einfach mal an. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Was ich auch cool finde, worüber wir auch diskutieren können. Lass uns doch mal einfach mit Preis anfangen. Mhm. Teuer. Eins der vier P's aus dem Marketingpreis. Teuer? Ja. Teurer als der Durchschnitt. Mhm. Hat dann aber auch natürlich immer dieses Wertigkeitsversprechen mit dabei. Das stimmt. Ja. Teurer. Wobei, es stimmt eigentlich gar nicht mehr, ne? Das kriegt man eigentlich davon aus, dass sie besser sind. Ich finde, ich finde damals, das iPhone, das allererste iPhone, als es rauskam, ich weiß nicht, das war ja schon recht teuer. Mhm. Und dann hat man so gedacht, was ist so viel für ein Handy? Aber inzwischen, finde ich, haben die Marken sich doch sehr angeglichen. Ja, das stimmt. Dass ein Samsung-Handy eigentlich genauso teuer ist wie so ein iPhone. Also, da tut das nicht mehr so viel. Ja, die sind insgesamt teurer geworden. Aber ich glaube, dass Apple da immer nochmal einen Ticken... Ja, klar, gerade wenn es um Mac geht, da sind die dann schon deutlich teurer. Ja. Aber gerade so bei der Preispolitik, die sie fahren, ist noch was anderes bemerkenswert. Und zwar, dass es keine Preisnachlässe gibt. Während sich andere Firmen ja teilweise Rabattschlachten liefern, wirst du niemals ein Black Friday, Jahresend-Sale, Sommerschlussverkauf bei Apple finden. Stimmt, hast du recht. Also einfach sagen, unsere Produkte sind genau das wert, was sie wert sind. Stimmt, da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was sie schon mal gemacht haben, ist, dass sie... Ich habe schon mal in einem Apple-Store, weil ich ein Produkt woanders, ich glaube, es war Amazon oder Mediamarkt, günstiger gesehen habe, haben sie den Preis gehalten. Da haben sie eiskalt gesagt, wir müssen das mit dem Manager absprechen. Wenn der ja sagt, okay. Und das war auch dann okay. Ach cool, das ist doch nett. Genau, also das machen sie schon, aber von sich aus gibt es ja eigentlich nie großartige Rabattaktionen. Also alleine dieses Minus 15 Prozent oder so kann man sich auf der Apple-Seite gar nicht vorstellen. Stimmt, ne. Dafür ist es auch zu edel. Dafür ist Apple zu edel. Also zu... Das passt halt echt nicht. Aber das ist halt genau der Punkt, ist, dass sie bestimmte Werte für sich definiert haben. Da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Oder wir können auch jetzt mal rüber wechseln. Können wir auch. Wir können ja hin und her switchen. Ich finde, was sie wirklich gut machen, ist, dass sie Werte für sich definiert haben. Und diese Werte, also dass sie denen nicht nur treu bleiben, sondern dass sie die konsequent... Und hier ist wirklich der Fokus auf der Konsequenz, dass sie die durchziehen. Komme, was wolle. Apple steht ja zum Beispiel für, wie du schon sagst, Hochwertigkeit. Und ein Rabatt passt nicht zur Hochwertigkeit, darum gibt es keine. Punkt. Das nächste Produkt wird einfach teurer. Nicht, dass das Produkt irgendwie großartig günstiger wird. Der zweite Punkt, zweite oder zweite Wert, der mir so einfällt, ist zum Beispiel Datenschutz. Dass sie komplett sagen, sie stehen für Datenschutz. Da habe ich eine witzige Story zu. Ja. Oder vielleicht hast du die auch. Ja, ich würde kurz mal den Gedanken zu Ende bringen. Ja. Und zwar ist, dass sie den Wert so konsequent durchsetzen, Datenschutz, dass sie ja sogar nicht mal dem FBI... Genau, das meinte ich, ja. Ja, genau. Bei gewissen Fällen sagen, wir öffnen jetzt das iPhone. Ja, genau. Auch wenn das FBI dann den Fall lösen kann, sagen sie nein. Ja. Das machen wir nicht. Das ist Datenschutz. Richtig. Und das ist krasse Konsequenz, also da halt so sagen... Aber das ist geile Werbung. Das ist mega geile Werbung. Besser geht's ja nicht. Voll. Hol ich mir ein iPhone. Ja. Will ich eine Bank ausrauben? Hol ich mir ein iPhone. Absolut. Qualität. Ja. Auch so ein Thema. Mhm. Es gab diesen Fall, ich weiß nicht, Bandgate oder wie das damals hieß, wo... Das war beim iPhone, ne? Ja, genau. Wo sich das iPhone gebogen hat. Und seitdem hat man nie wieder irgendwas in Richtung Qualität. Es gab ja mehrere. Es gab ja auch damals vor dem Bandgate gab es doch hier dieses, wenn du irgendwie hier ans iPhone packst, dass dann das Netz weniger wird. Das gab es auch mal. Aber war das so oder war das nicht nur... Das war wirklich so. Ja, das war wirklich so. Urbaner Mythos. Ne, ne, das war wirklich so. Das habe ich sogar ausprobiert, ja. Wenn du da wirklich dran gingst, dann gingen die Balken wirklich runter. Das gab es tatsächlich auch mal. Aber immer noch kein Vergleich zu Samsung, wo die Handys dann explodieren. Ja, genau. Das ist halt der große Vorteil, dann irgendwie wieder bei Apple gewesen, dass es halt, dass die Wettbewerber es auch nicht besser gemacht haben. Darum ist es nicht so im Kopf. Das ist nicht aufgefallen. Stimmt, ich habe es auch tatsächlich wieder vergessen. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, so die Verarbeitungsqualität ist immer enorm gut. Das stimmt. Also einfach Qualität und Verarbeitungsqualität ist, die ist einfach gut. Die ist einfach gut und das ziehen sie gnadenlos durch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, aber ja, das erste iPhone konntest du ja auch. Du konntest ja nicht den Akku rausholen. Das war ja früher bei allen Handys, konntest du den Akku wechseln. Und die SD-Karte, dann kam das iPhone, konntest du gar nichts mehr. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, wie nennen wir den? Ich würde sagen, Einfachheit. Simple. Keep it simple. Keep it simple. Einfachheit, Lean, also alles so sehr minimalistisch. Das ist auf jeden Fall auch ein Wert von Apple. Heißt, dass sie sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass die Produkte einfach zu bedienen sind. Aber diese Einfachheit ist nicht nur in den Produkten so. Es ist grundsätzlich immer einfach. Es ist einfach, Apple-Business-Kunde zu werden. Und man hat, wenn man mit Apple unterwegs ist, hat man immer dieses Oh, das war es jetzt schon. Das war aber einfach. Hast du mal ein Support-Ticket gestellt bei Apple? Nee, tatsächlich nicht. Du? Das musst du mal machen. Ja? Das ist, das ist, was für ein Gefühl hast du, wenn du weißt, oh nee, ich muss jetzt ein Support-Ticket aufmachen. Bei egal welcher Firma. Ja, genau dieses Gefühl. Oh, ich muss jetzt ein Support-Ticket aufmachen. Genau. Du bist erst mal genervt, weil du weißt, was erwartet dich. Was erwartet dich bei jeder anderen Firma? Erstmal eine Stunde in der Warteschlange. So, weiter. Und dann wird aufgelegt. Und wenn dann wird... Wenn du durchkommst, was passiert dann? Dann versuchen die mir weiterzuhelfen und es klappt meistens nicht. Ja, nicht unbedingt, ne? Erstmal nicht. Erstmal musst du mit irgendeinem Roboter quatschen. Dann bin ich weitergeleitet, dann falsch weitergeleitet, dann wieder weitergeleitet und dann, ach, Stress pur. So, genau. Ja. Wird dein Problem gelöst? Mal so, mal so. Häufig nicht, ne? Häufig nicht. Ich habe den... Ich hatte den Fall, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war tatsächlich jetzt mit dem M1-Rechner, wo der da irgendwie abgestürzt war. Da hatte ich den Fall, dass ich ja ein Support-Ticket aufmachen musste. Man musste das über die Webseite machen. Hab da angerufen. Ich glaube, es gibt einen Roboter. Fairerweise muss man das sagen. Ich glaube, es gibt einen Roboter, aber der ist sehr einfach und sehr einfach gehalten. Was heißt, du glaubst? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig. Es ist schon ein Jahr oder zwei her, dass es das war. Aber du kommst relativ schnell an eine echte Person und die helfen dir wirklich gut. Und auch der ganze Prozess danach, du kriegst eine Produktnummer, also so eine Service-Nummer. Die Service-Nummer ist in deinem Apple-User-Konto gespeichert. Du kannst immer darauf zugreifen. Also es ist einfach, ich hatte das Gefühl, dass selbst das einfach unglaublich gut funktioniert. Cool. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Wert, so Einfachheit und Kundensupport dann. Kundensupport, steckt was anderes noch mit drin. Dass der Kunde, der Kunde ist bei Apple-König. Und das vielleicht nicht immer, vielleicht gibt es auch welche, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ich würde ja auch gerne nochmal zwei Erfahrungen teilen. Die erste, die ist schon wirklich über zehn Jahre her. Es ist schon wirklich lange her. Ich hatte damals, hatte ich einen von Apple, einen Switch, so ein Internet-Switch. Ach so, stimmt, das habe ich auch. Das habe ich sogar noch. Ja? Ja. Das ist einfach so, dass das Internet quasi weitergeroutet wird in einem anderen Raum. Der greift das Internet auf und verstärkt es dann das Signal. Genau. So, das hatte ich jetzt irgendwie ein Jahr lang im Einsatz. Hab damals, glaube ich, auch die Verpackung weggeworfen. Hatte nicht mehr die Gebrauchsanweisung. Ich glaube, ich bin damals sogar umgezogen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Das Produkt war auf jeden Fall über zwei Jahre alt. Ist ja aus der Gewährleistung oder über ein Jahr alt. Ist aus dieser Gewährleistung-Garantie schon rausgefallen. Das Ding ist, ich habe es damals nicht mehr angeschlossen bekommen. Okay. Und bin dann in den Apple-Store gegangen. Also es hat nicht mehr funktioniert einfach, meinst du? Genau. Bin dann in den Apple-Store gegangen und habe gesagt, ey, das Gerät funktioniert nicht mehr. Und dann meinte ich, aber du bist halt außerhalb der Garantie. Ich sage, ja, aber voll nervig, weil das ist eigentlich ein gutes Ding. Ja. Und die haben es dann trotzdem ausgetauscht. Okay. Obwohl die Garantie ausgelaufen war. Und dann bin ich mit dem neuen Gerät nach Hause. Und da hatte ich jetzt wieder eine Gebrauchsanweisung. Und habe dann festgestellt, ups, das alte Gerät hat sich einfach nur falsch bedient. So. So. Das heißt, ich war der Dow, der günstig anzunehmende User. Und habe das Gerät einfach falsch bedient. Und trotzdem hatten sie es mir ausgetauscht. Obwohl es nicht aus der Garantie war. Das heißt, die haben es gar nicht getestet. Okay. Bestimmt, was er sagt. Ja, plus ich habe auf dieses neue Gerät, was ich bekommen habe, noch mal drei Monate Garantie bekommen. Okay. Obwohl ich eigentlich schon raus war. Geil. Ja, das war cool. Also da haben sie halt auch wieder gezeigt, dass sie den User wirklich halt in den Vordergrund stehen. Also dass sie halt. Also was lernen wir aus diesem Thema? Ja, was? Ja, was? Over-deliveren? Over-deliveren ist immer besser als under-deliveren. Mhm. Und. Kunde ist König. Kunde ist König. Die Kundenzufriedenheit ist halt wirklich wichtig. Klar. Weil jetzt sagst du es in einem Podcast. Das werden jetzt bestimmt mindestens sechs Menschen. So. Die dann auch denken, ach cool. Cool. Also, ja. Dein Ruf ist als Marke sehr wichtig. Klar. Weitere Sache, die sie machen, ist, dass sie, würdest du, oder anders, ich frag mal anders. Würdest du sagen, wenn Apple jetzt so in so einem klassischen 90er Jahre American Teenie Film mitspielen würde? Also, Apple-Bear-Person. Wie würdest du die Person beschreiben? Ist die eher so der schüchterne Endlein, der schüchterne Küken? Oder ist die so der Football-Star, der, weiß ich nicht, immer gewinnt, immer triumfriert, Publikumsliebling? Ja, wieder noch, ne? Ja, der mit dem Rollkragen-Pulli. Klassisch Steve Jobs, ja. Der einfach weiß, was er kann und gar nicht beweisen muss, dass er was kann. Würdest du sagen, eher selbstbewusst oder eher unselbstbewusst? Selbstbewusst. Voll selbstbewusst, oder? Apple, und das finde ich halt jetzt so geil, die sind halt, die sind nicht arrogant von der Marke her, aber trotzdem immer mit so einem unfassbaren Selbstverständnis. Das beste iPhone, das es je gab. Genau. Die sind halt sowieso die Besten, genau. Auch in dem Marketing spreche ich, das beste iPhone, das es je gab. Ja, die beste Kamera, die es je gab. So. Ich habe eine witzige Story, da haben Sie es auf die Spitze getrieben, meiner Meinung nach. Das finde ich unglaublich gut. Okay. Das war auch im Rahmen, wo ich das Problem mit dem Mac hatte, bin ich damals in den Apple-Store hier in Köln auf die Schildergasse gegangen. Ich hatte keinen Termin. Okay. Muss man dazu sagen. Bin halt einfach reingelaufen. Gut, ich bin auch Business-Kunde. Das heißt, wenn die mich halt irgendwo googeln oder in ihrer Kartei sehen, wissen die, dass ich halt schon mehrere und schon viel Geld dagelassen habe, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz, ich laufe da hoch, weil auf der Schildergasse ist es so, dass der ganze Support-Bereich oben ist. Unten ist der Verkaufsbereich auch wieder clever, den ganzen Support erstmal trennen vom Verkauf, weil jemand, der verkauft, will nicht mitbekommen, dass das Ding vielleicht irgendwann mal eine Macke hat. Stimmt. Okay, das macht Sinn. Jetzt bin ich da hochgelaufen, diese Treppe und dann kannst du da nicht einfach, also erstmal gab es gar keinen Schalter. Es gab keine Theke oder sonst irgendwas. Es gab halt nur die Mitarbeiter, die, es ist mal grundsätzlich aufgefallen, es gibt ja auch keine grundsätzliche Theke mehr. Kasse, Theke, gibt es nicht mehr. Die laufen alle mit ihren Geräten rum und du zahlst direkt bei denen. Okay, also ich war schon lange nicht mehr im Apple Store. Naja, ist tatsächlich so. Also es gibt nicht diese klassische, du musst dich irgendwo anstellen. Auch dieses Konzept ist total geil. Du wartest vielleicht eine Zeit lang, bis du drankommst, aber wenn du dann drankommst, dann ist dieser Apple-Mitarbeiter komplett für dich da. Und genau darum dreht sich auch meine Story. Ich bin da diesen Weg hochgegangen und dann am Ende dieser Treppe oben stand der Apple-Mitarbeiter mit seinem iPad und dann habe ich angefangen, dem mein Problem zu schildern. Und dann meinte, hey, worum geht's? Und was ich gesagt habe, war, ich habe, so wie man halt anfängt, so ein Gespräch, ich habe mir vor vier Wochen das neue MacBook gekauft. Ich muss ja erstmal irgendwie erklären, worum es geht. Und was war seine Antwort? Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber wie aus der Pistole geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist geil. Dieses Selbstverständnis. Erstmal dich dazu deinem Kauf. Weißt du, ich stehe vor dem Reparaturcenter und er beglückwunscht dich trotzdem zu deinem. Das ist geil, oder? Das ist witzig, ey. Ich fand das auch mega. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sagte ich, ja, ich habe das bei Mediamarkt gekauft. Dann sagt er, ach, nicht schlimm. Das nächste Mal kommst du zu uns. Wirklich. Genau so hat er es gesagt. Ich fand dich mega witzig. Ja, nicht schlimm. Das nächste Mal kommst du aber zu uns. Hammer, ey. Das ist so eine gespielte Coolness, wo du einfach weißt, ah, die sind so selbstbewusst. Witzig, ja. Naja, jedenfalls habe ich mein Problem geschildert und das hat ja halt ein bisschen gedauert. Und glaubst du, der hat mich unterbrochen? Nicht eine Sekunde. Okay. Ich hatte ja auch keinen Termin. Nochmal. Ich hatte keinen Termin. Okay. Und ich schilder mein Problem und der war ja auch nur da, mir einen Termin zu machen. Oder das funktioniert ja so, dass der Erste dann einfach dich an einen Kundenmitarbeiter, Kundenservice-Mitarbeiter dann weiter routet. Und ich habe bestimmt, keine Ahnung, fünf Minuten. Und fünf Minuten, wenn du mal auf die Uhr guckst, sind lange. Habe ich da so erzählt, was so das Problem ist und keine Ahnung. Was war denn das Problem? Wie gesagt, dass er abstürzt. Ach so, das war das. Das war das. Das ganze Thema ist ja immer abgestürzt. Na jedenfalls, glaubst du, der hatte mich unterbrochen? Nein. Der stand einfach nur ruhig, seelenruhig da. Glaubst du, der hatte Stress? Glaubst du, der hatte Hektik? Nein. Und ich bin gar nicht mal auf die Idee gekommen, mich umzudrehen, weil der hat nur mich angeguckt. Der hat gar nicht nach hinten geguckt oder sonst irgendwas. Und als ich dann fertig war. Und hinter mir war voll die lange Schlange. Und hinter mir war voll die lange Schlange. Es hatte sich hinter mir eine Schlange gebildet von bestimmt zehn Leuten, die alle da standen und artig gewartet haben. Aber der war der Entspannteste auf der Welt. Der war in diesem Moment nur für mich da. Es gab keine andere Person auf diesem Planeten. Aber das ist ja irgendwie auch schlecht für die anderen. Stell dir mal vor, die haben einen Termin. Ja, verstehe ich. Aber es geht darum, dass sobald du den Kontakt mit der Firma hast, sobald du Kontakt mit deinen Mitarbeitern hast, ist dieser Mitarbeiter für dich. Okay, zu 100 Prozent für dich da. Zu 100 Prozent. Es gibt keine anderen Menschen auf dieser Welt. Witzig. Super witzig. Ich fand das richtig spannend. Und der war der Entspannteste auf der Welt. Hammer. Danach wurde ich dann natürlich irgendwie weitergeroutet. Die haben mich dann da an so einem Tisch, durfte ich mich setzen und musste dann halt warten. Das Coole, was das Konzept aber ist, die haben oben in dem Wartebereich, haben die auch ihre Produktpräsentation. Das machen sie jetzt mittlerweile auch. Das heißt, sie bieten kostenlose Produktseminare an. Ach echt? Okay. Du musst mal gucken. Du kannst in jeden Apple Store gehen und kostenlos an Seminaren teilnehmen. Wie fotografiert man besser? Ach Quatsch, echt? Keine Klingel. Das ist Hammer. Da, wo ich war, war gerade das Seminar, wie man besser malt mit dem iPad. Okay. Und die sind tatsächlich, die waren wohl draußen, sind gerade von draußen wieder reingekommen. Und haben, die sind irgendwie einmal kurz zum Rhein runtergelaufen und haben die Skyline von Köln dann auf dem iPad gemacht. Der hat ihnen erzählt, wie man Fluchtpunkte setzt, wie man dann so Hilfslinien zeichnet, wie man das auf verschiedenen Ebenen macht, die Sachen ein, wieder ausblendet. Komplett kostenlos. Du konntest dich einfach da hinsetzen. Da war eine Mutter mit Kind und kennst das ja, Kinder sind halt, wenn die warten müssen, werden die quengelig. Und das Kind konnte einfach teilnehmen. Der hat dem iPad in die Hand gedrückt und meinte, komm, setz dich dazu, mach ein bisschen mit. Cool. Heftig. Mega cool. Also geiles Konzept. Krass. Da habe ich noch nie was von gehört, ey. Tatsächlich. Das wäre echt Hammer. Muss mal gucken. Sicher. Hast du schon mal irgendwie mit dem Customer Support oder in irgendeiner Form da Kontakt mit Apple gehabt? Schon länger nicht mehr halt jetzt, ne? Tatsächlich. Aber das letzte Mal, ich glaube, das letzte Mal, als ich Kontakt mit Apple habe, so richtig im Apple Store, war, als ich mich für das iPhone X angestellt habe. Hm. Du hast dich angestellt? Ja, ich habe mich angestellt. Du standst in der Starke raus. Ich habe mich einen Tag vorher angestellt. Wow. War sehr witzig. Tatsächlich, muss man dazu sagen, nicht um das selbst zu behalten, sondern um es zu verkaufen. Damals konnte man die noch für gutes Geld verkaufen. Okay, spannend. Und ein armer Student wie ich kann das Geld dann gut gebrauchen. Ja. Ja. Ja, da habe ich mich da angestellt mit zwei anderen Kollegen. Und das war super witzig. Ja? Ja. Wie war das so? Also, erst mal, also, keine Ahnung, was du auch meinst, der Apple-Support oder die Apple-Mitarbeiter sind halt hammer. Wenn sich jemanden vordrängelt und sagen dir direkt, nee, nee, du gehst wieder zurück und entschuldigen sich dann bei dir. Ah, tut mir leid, dass der sich jetzt vorgedrängelt hat und sowas. Wow. Und dann kam, als wir reinkamen, das war so, ich weiß gar nicht, wann das war, 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 7 Uhr morgens, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann wurde es halt, kam es rein und wurde es beklatscht. Erst mal haben alle applaudiert, haben sich in so einer Spalier aufgestellt und haben geklatscht. Haben sich abgeklatscht, haben sie gesagt. Mega. Das heißt, es wurde einfach erst mal Stimmung gemacht. Ja, es wurde richtig zelebriert. Es war halt ein richtiges Erlebnis, ne? Ja. Das kann man ja anders sagen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist auch so ein Punkt bei mir. Das ist, glaube ich, was, was auch jeder, also das ist so ein Punkt, klar, was haben wir jetzt? Also, wenn man es mal grob einschließt. Geilen Customer-Support lieben, over-deliveren, Einfachheit. Genau. Die Sachen so einfach wie für den Kunden, die möglich machen. Ja, Benutzerfreundlichkeit. Benutzerfreundlichkeit, keine Reibungspunkte, keine Preisnachlässe geben, sondern das ist dein Preis. Oder auch das Selbstbewusstsein. Und dieses Geräteübergreifende hatten wir noch gar nicht, ne? Dass jedes Produkt von Apple miteinander kommuniziert. Voll. Ich kann den Fokus auf meinem Laptop einstellen, dann ist der auf meiner Uhr und auf meinem Handy auch eingestellt. Hammer, ne? Das ist mir gut. Du kannst die Dateien hin und her schicken von iPhone zu iPad zu Mac, das geht bei Windows meines Wissens nach nicht. Über AirDrop. AirDrop ist ein geiles System. Ja, genau. Ja, schon Hammer. Das ist wirklich gut. Das stimmt und hat natürlich auch den Login-Effekt, ne? Das stimmt, ja. Dieser Login-Effekt, für die, die das nicht kennen, das ist aus dem Marketing, versucht man zu erzielen, indem man einfach, wenn man ein Produkt hat von einer Marke, dass alle anderen Produkte auch quasi nur damit funktionieren oder nur damit richtig gut und so. Und dann ist man drin. Ja. Ja, quasi wie der App-Store. Wenn du ein Apple-iPhone hast, musst du ja quasi ein App-Store benutzen. Das ist halt schlau gemacht. Das wird Samsung zum Beispiel nie schaffen. Weil das Konzept ein anderes ist. Ja. Weil das Konzept ja auch... Die haben ja auch kein eigenes Betriebssystem. Die haben ja das von Google. Jeder. Android. Ganz genau. Es gibt, Apple hat einfach alles, alles selber. Genau. Das war auch, das war damals auch ein strategisch sehr, sehr cleverer Schachzug, dass sie gesagt haben, wir machen Betriebssystem und Hardware. Und Hardware. Stimmt. Das gab es ja vorher nicht, ne? Windows hat ja keine PCs gemacht, meines Wissens nach, oder? Windows hat keine PCs gemacht. Ne. Und ja, Samsung hat kein Betriebssystem gemacht. Also von daher, genau, sie haben gesagt, sie machen beides, stimmen es aufeinander ab. Und das war ja dann auch immer so Verkaufsargument. Ne, aber genau, was ich hier auf jeden Fall auch nochmal mit aufgreifen wollte, wo du sagtest, ey, die haben uns einfach so gefeiert. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wenn ein neues iPhone rauskommt und du guckst dir die Produktseite auf dem Apple-Store, also auf der Webseite an, wie sie selbst die kleinsten Features einfach feiern. Ja, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Also die feiern jedes einzelne Produktfeature. Ich sage nur, der M1 ist 1,4 Prozent oder 1,4 mal schneller als das Vorgängermodell. Da würde jeder sagen, okay, 1,4. Ist ja jetzt nicht so gut. Das, was ist das? Ja. Aber die feiern das. Die feiern das, die stellen das, die stellen das aus, die machen das mit Balkengrafiken und, also diese Präsentation oder dieses Feiern von selbst kleinsten Verbesserungen, ist was, was man einfach, ja, da kann jeder von lernen. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Das ist echt ein guter Punkt. Guck mal, wenn wir jetzt bei der Videoproduktion sagen, wir sind jetzt, keine Ahnung, wir haben einen neuen Server. Und wir können jetzt viel schneller Daten von A nach B schieben und unser ganzer Workflow verbessert sich um mehrere Stunden. Kommunizieren wir das ja gar nicht. Selbst wenn nur um eine Stunde. Ja, aber wir kommunizieren das ja gar nicht. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Noch, noch, muss man dazu sagen, es ist ja kein Apple. Aber das ist das Geile. Das haben die so unfassbar gut verinnerlicht, dass sie einfach sagen, egal wie klein der Fortschritt oder die Verbesserung ist. Das ist echt ein sehr guter Punkt, ja. Oder? Ja. Muss ich mir gleich mal aufschreiben, dass ich das mit auf die Webseite nehme. Genau, mit auf die Webseite packen. Feiern. Wir haben jetzt 10 Megapixel mehr in unseren Bildern. Ja, genau. Warum nicht, ne? Eben. Ne, das ist mehr, das... Ich meine, wir feiern auch nicht mal, als wir von Full HD auf 4K gegangen sind, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Ja, das ist ja das Doppelte. Das 1,4 ja, ne? Tatsache. Ja, guter Punkt. Ganz genau. Ansonsten, was mir... Was mir auch noch aufgefallen ist, aber ist, dass sie zum Beispiel auch... Also sie denken, das Produkt von vorne bis hinten heißt, Customer Service ist an einem Ende, wenn du mal Probleme mit etwas hast. Aber es geht auch schon ganz am Anfang los. Also wir haben ja auch über den Kauf schon gesprochen, dass der Kauf halt schon einfach und spaßig und witzig ist. Und dass das schon ein Erlebnis ist, dass das schon ein Erlebnis ist, aber auch die, und das hattest du ja eben schon gesagt, dass die Verpackung... Die Verpackung ist ja, da ist ja kein... Da wackelt nichts. Da wackelt nichts. Da selbst das Kabel ist nicht einfach nur irgendwie so mit drin, sondern das ist sauber aufgeholt. Wobei ich sagen muss, um da mal vielleicht so ein bisschen das Schlechte mal zu sagen, ich sehe es sehr oft, wenn Leute für ein neues iPhone anstehen und dann machen die das iPhone auf und was passiert als erstes, fällt runter. Ja, ich weiß nicht. Aber das, also, da müsste man tatsächlich gucken, Einfachheit, aber es ist ja trotzdem einfacher. Also, ich weiß nicht, ob einer dieser Werte da anders wäre. Was würdest du denn anders machen, dass die Vertiefung tiefer, dass es noch weiter noch tiefer drin liegt? Ich meine, klar, das ist natürlich geil. Du machst die Verpackung auf und du direkt das Handy. Ja, natürlich ist das geil. Aber vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Ja, du willst ja nicht den Kasselzettel, den Garantiezettel. Nein, gut, Garantiezettel und so ist ja eh nie, also nie in dieser Hülle. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, müsste man mal überlegen. Also, ich finde es geil, wenn du die Verpackung aufmachst und dann ist es ja sogar so ein bisschen erhöht. Das heißt, es liegt so ein bisschen... Ja, eben, deswegen, das ist ja noch schlimmer. Geil. Nein. Es ist geil. Es fällt, okay, vielleicht fällt es raus, aber es ist geil. Es ist geil. Aber vielleicht, keine Ahnung, dass man so einen Warnhinweis, Achtung, lassen Sie ja Handy nicht fallen. Guck mal. Guck mal, stell dir mal bitte die iPhone-Verpackung auf. Komplett weiß, nur das Apple-Logo drauf und du willst einen Warnhinweis drauf packen. Ja, ich weiß es doch. Noch ein Rabattsticker mit dazu und let's go. Das ist aber eben genau der Punkt. Ist doch nicht dein Problem. Oder ist doch nicht das Problem von Apple, wenn du die Verpackung nicht benutzen kannst. Gut, wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann, wahrscheinlich ist Apple so und sagt, dir ist es runtergefallen, komm, kriegst du ein neues. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich, ne? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Weil zu Hause, wenn du es geliefert bekommst, wird dir das ja nicht passieren. In der Schlange, da hast du ja keinen Tisch und nichts, da kann das schon mal passieren, dass es dann auf dem Boden fällt. Zu Hause machst du ja auf dem Schreibtisch. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Nicht nur einmal. Selber schuld. Ja. Einfach selber schuld. Eine Sache, aber wo wir auch bei negativen Sachen sind, klar, kann man auch mal erwähnen. Ich finde, man freut sich nicht mehr so auf die neuen Produkte. Das stimmt. Diese Zeiten von One More Thing. Wobei da Apple ja nicht unbedingt was dafür kann. Wir sind einfach technisch so weit, dass was sollte noch kommen? Gut, wobei jetzt gibt es ja bald die Apple-Brille. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist. Die Vision Pro kommt im Februar. Kommt im Februar, aber in Deutschland wahrscheinlich nicht, ne? Das, und auch das muss man ja sagen, von ihrer Strategie her, genial. Finde ich auch genial. Auch was, was jetzt echt, hier, mal zuhören, wo alle von lernen können, ist, dass sie nie die Ersten sind. Sind sie nicht. Apple war noch nie in irgendeiner Sache der Ersten. Sie haben nicht den ersten MP3-Player gemacht. Sie haben nicht mal das erste Smartphone an den Start gebracht. Aber wer war das erste Smartphone, weißt du das? Es gab damals ja, es war noch mit Tasten Blackberry, so Organizer und sowas. Aber war Apple das erste Touch-Smartphone? Es kann sein, aber die alten hatten ja auch noch den Button mit drauf. Zwar nur einen Button, aber die hatten den Button auch. Dann hattest du, weiß ich nicht, auch das Tablet. Sie haben nicht das erste Tablet gemacht. Früher hat keiner Tablets genutzt, weil die kacke waren, weil die einfach langsam waren. Weil die immer hakelig, das Touch war eine Katastrophe. Auch diese ganzen Organizer mit dem Stift da drauf rumzuschreiben, hat ja früher nicht funktioniert. Das hat keiner genutzt. Aber es gab es. Es gab es. Die Idee war da. Das heißt, Apple, die waren nie diejenigen, die irgendwie etwas erfunden haben. Ja, was komplett Neues erfunden haben. Sondern sie haben etwas, was am Markt bestand, genommen. Und einfach einem Jahr einmal verbessert. Und einfach so bis an die Spitze. Perfektioniert, kann man sagen. Perfektioniert. Genau. Aber was sollen jetzt die Leute für sich mitnehmen? Du musst nicht der Erste sein, der eine KI-Suchmaschine programmiert. Oder der Erste sein. Auch nicht der Zweite, auch nicht der Dritte, auch nicht der Vierte. Nee, genau. Aber geh hin und das, was du machst, macht das richtig gut. Aber sehr gut. Gibt 110 Prozent. Perfektioniere dein Produkt, deine Dienstleistung. Das ist auch was Interessantes, was du sagst. Perfektioniere deine Dienstleistung, dein Produkt. Apple hat keine Palette von 100 Produkten. Genau. Apple hat, weiß ich nicht. Guck dir mal LG an. Oder Samsung. Stimmt. Die machen Handys und Kühlschränke. Waschmaschinen, ja. Ich kenne keinen Apple-Kühlschrank. Nee. Gut, wobei Apple ja vielleicht irgendwann das Auto rausbringen will. Wer weiß. Aber trotzdem ist die Palette recht klein und die verbessern einfach ihre, ich weiß nicht, es kommt nicht jedes Jahr ein komplett neues Produkt raus. Genau. Sondern die verbessern immer ihr Produkt und irgendwann mal alle fünf Jahre kommt vielleicht was Neues raus. Ganz genau. Lieber eine Sache richtig machen, weil das ja auch dann wieder auf die Marke einzahlt. Ja. Wenn die ein schlechtes Produkt rausbringen, dann heißt es wieder, uh, ist das nächste iPhone auch Schrott. Also weißt du, was ich meine? Deswegen sind auch, jetzt mal ganz anders, aber irgendwie auch doch was damit zu tun hat, Restaurants. Restaurants mit einer kleinen Speisekarte sind meistens besser als welche, die alles anbieten. Von Pommes über, ach, weiß ich nicht. Ja, ist so. Weil eine gute Pizzeria macht dir keinen guten Döner. Ja, genau. Die macht dir halt eine gute Pizza. Genau. Ja, sehe ich auch so. Lieber die Sachen richtig, richtig gut machen, das ist halt Positionierung. Mach eine Sache richtig gut, anstelle irgendwie alles zu machen. Genau. Auch ein sehr guter Tipp, ne? Absolut. Cool. Hast du, hast du andere Themen noch? Was sagst du eigentlich zum Design? Also mich würde mal so, du, du kommst ja von der Design-Schiene, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, tatsächlich. Ich liebe es. Ja? Ja. Was fällt da so auf? Clean. Clean, minimalistisch. So clean, dass, ich weiß noch, als ich mein erstes MacBook hatte, gekauft habe, und früher hatte ich ja so Windows, mein Papa hat Windows, alle haben Windows, diese Klamauks, sag ich mal, ne? Und dann hole ich mein MacBook raus und dann mache ich das auf und mein Papa, hm, da ist ja gar nichts dran. Weißt du, da ist ja nichts. Weißt du? Richtig. Ist ja jetzt nichts Besonderes erstmal. Ja, genau. Es ist einfach clean. Genau. Ich mach mal so, was ist das? Okay. Aber ja, das ist es. Das ist es. Dieses, wie du brauchst denn, du brauchst das, was da ist, brauchst du und mehr brauchst du ja nicht. Richtig. Das, was du nicht brauchst, darauf verzichten. Das machen sie schon seit Ewigkeiten mit den Anschlüssen, dass sie die Anschlüsse versuchen zu reduzieren. Ganz genau. Es gibt ja diese schöne Anekdote, dass Steve Jobs damals hingegangen ist und dann sind die iPhone-Entwickler gekommen und haben gesagt, ja, hier ist unser Prototyp, iPhone ist fertig und dann hat er das iPhone genommen, hat es in einen Wassertank geschmissen und da kamen Luftblasen raus. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist noch nicht perfektioniert, da ist noch irgendwo Platz. So, ihr könnt es kleiner machen. Geil, ne? Das ist eine coole Anekdote. Ich weiß noch, beim Film, es gibt ja diesen Film, Steve Jobs, den Film oder Jobs, wo der sagt, genau, da sind die gerade in der Entwicklung und diskutieren gerade über die Schriftart, welche Schriftart soll er benutzen. Und dann sagt einer der Mitarbeiter, hey, wen kümmert schon um die Schriftart? Raus. Neue Deck gefeuert. Ja. Ja, weil sie sich, und das ist halt diese Perfektion, sie machen sich um alles Gedanken. Aber das ist auch das wirklich, wenn ich so ein Android benutze, denke ich mir auch so echt die Schriftart, damit werde ich ja nie gleich kommen. Ja, es ist ja auch genau das. Sie haben ja auch als allererstes in so Smooth Scrolling investiert, wirklich, dass die Farben kontrastreich angezeigt werden. Sie denken ja auch sehr viel an Bedienung und Bedienbarkeit, also dass man halt wirklich wieder damit umgehen kann. Du kannst ja, und das ist es ja, früher haben sich die Leute vielleicht immer noch darüber aufgeregt, du kannst ein iPhone nicht so individualisieren, personalisieren wie ein Android. Genau. Aber das ist eigentlich auch das Gute. Genau. Weil es dann eben einfach ist. Du nimmst ein iPhone von jemand anderem. Richtig. Und kannst trotzdem damit umgehen. Richtig. Ja. Wie findest du das Design der Werbung und der... Oh, geil, liebe ich. Ja, oder? Ja, meistens immer mit Storytelling, ne? Es gibt viel Storytelling. Ich erinnere mich an eine Werbung, die auch jetzt für das, ich glaube, das war für das iPhone oder so. Und dann haben sie jemanden gezeigt, der einfach auf dem Fahrrad Runden gedreht hat in den USA auf so einem Hinterhof, so einem Wendehammer einfach. Und hat dann morgens angefangen und hat einfach irgendwie so gesungen und in das iPhone reingesungen und dann abends immer noch. Okay. Und dann war halt irgendwie so einfach Akkulaufzeit, unterbricht nicht dein Flow oder so. Okay. Mega geil. Witzig, ja. Dann gab es die andere Werbung, wo aus der Sicht eines, weiß ich nicht, einjährigen oder zweijährigen Kindes, fast noch Baby, das auf so einem Dreirad durch die Wohnung gefahren ist. Und man hat halt nur so gesehen, wie hinter dem alles kaputt ging und die Mutter irgendwie so hinterhergelaufen ist in Panik. Und dann stand da auch so, iPhone, so robust, dass du dir einfach keine Sorgen machen musst. Hammer. Geil, ne? Ja. Also das ist mir gut gefallen. Ja, bei den Werbungen, bei deren Werbevideos nehmen die meistens immer einen Punkt raus. Genau. Dann, wie du eben gesagt hast, Datensicherheit und dann am Ende dieses Logo, das ist auch immer geil, wie die den Schloss nehmen und das wird dann zu dem Apple-Logo auch immer sehr geil gemacht. Also die sagen nicht, hier kommt das iPhone, kann das und das und das und das. Genau. Es ist nie mehr, es ist immer nur ein, genau, es ist ein Spezif, da sind wir besser. Ja, genau. Es gibt auch, das sieht man auch, dieser komplette Fokus auf ein Feature oder auf reiner Fokus, auf komplett nur das Produkt, sieht man auch bei, ich weiß nicht, ich finde die immer noch ikonisch, legendär sozusagen, die, ähm, erinnerst du dich noch an die Werbung für, für, was war das, der iPod, an die iPod-Werbung? Ich glaube, der iPod-Familie war das damals. Ich glaube nicht. Nee, da hat man diese schwarzen Silhouetten von Menschen gesehen, die irgendwas gemacht haben. Ja, doch, 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 doch. Und einfach nur die weißen Kopfhörer, weil ja auch die ersten, die weiße Kopfhörer einfach gemacht haben. Ja. Geil. Ja. Das war einfach richtig geil. Das war auch so ein Markenzirchen. Keiner hat weiße Kopfhörer gemacht und dann haben sie einfach gesagt, ja, machen wir es einfach weiß. Ja. Deswegen, äh, bei meinen Videokunden sage ich tatsächlich auch immer, mach, klar, Image Videos hat seine Berechtigung, aber ich bin kein Fan mehr von einem Image Video, wo du alles präsentierst, sagst, das ist meine Firma, sondern mach doch lieber mehrere Videos, wo du sagst. Genau. Das und das und das. Richtig. Viel, viel besser. Du holst ja auch, guck mal, jemand, der, ich weiß nicht, nimm mir mal. Nehmen wir mal Handys. Bleiben wir doch mal beim iPhone. Du hast jetzt ein Samsung Handy. Mhm. Und jetzt, oder du hast irgendein Handy, ist eigentlich komplett egal. Und es gibt den einen, den stört es einfach, dass das Ding zu groß ist. Ja. Den nächsten stört es, dass es nicht schnell genug ist. Wieder den nächsten stört es, dass der Speicherplatz nicht da ist. Ja. Es gibt nicht den, den alles stört. Weißt du, was ich meine? Ja. Also gibt es vielleicht auch. Gibt es auch. Irgendwann wenn du keinen Bock mehr auf dein Handy hast, dann stört dich alles. Genau. Aber jeder hat ja seine Agenda. Und dann zu sagen, bei dem einen, ey, wir haben eine geile Akkulaufzeit, hol den, der genau mit seinem Akku unzufrieden ist, perfekt ab. Und der will auch gar nichts anderes hören. Wenn du den anfängst mit, ey, unserer. Geilste Kamera. Interessiert mich nicht. Ich habe eine geile Kamera. Ich hatte die Werbung schon da. Dann geht der in den Oposum-Modus. Zack. Aber geiler Akkulaufzeit. Dieses Video, was du eben meintest, wenn er das sieht. Genau. Okay. Der ist ja sofort gecatcht. Weg mit meinem Handy. Richtig. Wo ist der nächste Apple Star? Ich finde auch, dass sie es auf der Webseite einfach geil machen. Ne, Webseite ist natürlich echt das OnePlus Ultra. Das Produkt immer ganz oben, schön im Dunkelhintergrund. Ja, und immer auf der Startseite, ne, wenn es gerade vorgestellt wurde. Ja, genau. Immer direkt. Das neueste Produkt ist immer, das Hauptfeature ist immer direkt auf der Startseite. Aber auch, ist dir mal aufgefallen, jetzt so im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Online-Stores, wenn du auf das iPhone, auf die Produktseite gehst, gibt es da, weiß ich nicht, so mehrere Fotos. Also es ist kein klassischer Kaufprozess. Nein, eben nicht. Es ist nicht so wie in einem normalen Online-Store, wo du einfach, du hast oben links dein Produktbild. Kannst du dann aus sieben Bildern durchklicken, vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein Video dabei. Rechts daneben steht der Preis. Unten drunter die Versandkosten. Da unten drunter musst du erstmal scrollen. Dann kommen die Produktbeschreibungen. Die musst du noch aufklappen, die Produktbeschreibung, um überhaupt irgendwelche Features zu lesen. Und da drunter kommen die Bewertungen. Also das ist, so sind andere Online-Stores auch. Ja, und meistens halt die technischen Daten, die stehen da einfach. Genau. Da steht so viel Megapixel, bla bla bla. Genau. Aber bei Apple, wie du meinst, wie du eben meinst mit den Balken zum Beispiel, unsere Kamera hat jetzt 0,01 Pixel mehr. Genau. Und bei Apple ist es anders. Auf der Seite, du gehst auf das Produkt, du klickst also auf das iPhone und dann steht da kein Preis. Dann steht da kein irgendwie. Stimmt, ja, ja. Du scrollst erstmal runter und dann dreht sich das iPhone erstmal in alle Richtungen. Dann kannst du die Farben aussehen. Ja, dann bleibt dann, oh, wala. Genau, dann kommt da das iPhone und dann hast du alle iPhones mit den ganzen Farben und dann, ja. Genau, dann kommt da, es ist 1,7 Mal mehr Kamera. Alles so. Alles in groß. Jedes Produktfeature wird einzeln vorgestellt. Richtig. Und ganz am Ende, wenn du dir das alles reingezogen hast, wenn dieses Produkt massiv gefeiert worden ist, dann kannst du sagen, jetzt ab in den Store. Oder bestellen halt. Und dieser Kauf, dieser Store-Prozess ist von der eigentlichen Produktvorstellung komplett losgelöst. Also das sind zwei unterschiedliche Welten. Du hast dieses komplette, dieses Zelebrieren des Produktes und danach kommt erst der Kaufprozess. So jetzt hier, welches Feature möchtest du? Welche Größe möchtest du? Welche Farbe möchtest du? So das kommt erst danach. Und es ist ja auch immer ab 999 Euro. Und dann das iPhone, was du haben willst, kostet sowieso deutlich mehr. Aber du bist ja dann schon so gecatcht, dass der nachher, dieser Preis spielt eigentlich gar keine Rolle. Der steht überhaupt nicht im Vordergrund. Wir regieren gar nicht über den Preis. Das kommt alles später. Ja. Wo wir schon mal beim Preis sind. Ich verstehe nicht immer die Preispolitik bei Apple. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, da haben die so einen Monitor rausgebracht. Das ist ein Apple, klar, ein Apple-Monitor. Und dann gab es dafür aber noch einen Ständer dazu. Ja, ja. Der war irgendwie, weiß ich nicht, wie teuer war der damals? 1, 7 oder so? Ja, der war unfassbar teuer. Unfassbar teuer, wo ich mir denke, warum? Ich meine, Qualität, ja, schön und gut. Aber also das, selbst die Leute, die bei Apple arbeiten, denken sich, das ist viel zu teuer. Natürlich, aber geht es darum, ist es, was, guck mal, ja, bin ich bei dir. Aber wer kauft sich das? Kauft sich das ein Otto-Normal-Bürger für sein Büro? Nein. Nee. Die wollen auch gar nicht hingehen und Bildschirmständerhersteller werden. Das ist ja gar nicht der ihr Anspruch. Okay. Was die wollen, ist, dass wenn du YouTuber bist und vielleicht Technik-Blogger oder Technik-YouTuber und man sieht deinen Bildschirmständer ständig, dann ist es ja ein, dann ist es ja ein Status-Symbol. Das ist ein Status-Symbol. Das ist so, als würdest du dir ein Gucci-Handteilchen geben. Ja, okay. Ein Gucci-Handteilchen ist auch viel zu überteuert für einfach ein bisschen Leder, das da aneinander gemäht wird. Ja, du zahlst nicht für, du zahlst für den Status. Du zahlst nicht für die Produktqualität oder für den Ware-Einsatz. Ja gut, aber dann gibt es halt zum Beispiel die AirPods, die halt für jedermann sind. Na klar, weil das ja auch wieder die Marke unterstützt, wie viele Laptop-Ständer siehst du jeden Tag? Null. Null nein, genau. Aber die AirPods siehst du auf der Straße überall. Und das ist ja auch ein Massenprodukt. Das eine ist halt nur Status. Das heißt... Man muss auch ganz ehrlich sagen, nimm doch mal die AirPods, du kriegst AirPods für 30 Euro bei Amazon. Ja, auch hier, die von Apple gibt es maximal, die kosten 300, 400 Euro. Also locker das 10, 15-Fache. Also auch hier ist der Preis natürlich hoch. Ja klar, Apple ist immer klar. Ich glaube, es gibt kein Produkt, wo Apple günstiger ist als die anderen. Ja, was soll man also mitnehmen? Ach, alles. Viel. Oder? Ja. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wo man gerade steht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Möbelhändler bin, da... Auch da kannst du viel übertragen. Ja, kann man. Absolut. Gut. Es kommt halt immer darauf an, genau, in welcher Branche bin ich unterwegs, was mache ich. Aber wenn immer gerade Möbelhändler, wie die sich mit ihren Rabattschlachten auseinandersetzen, wenn da einfach mal einer sagen würde, nö, das ist unser Preis und das ist auch wert. Gibt es da überhaupt welchen? Also so eine, klar gibt es bestimmt, aber so eine richtige Marke, wo du sagst, boah, ich kaufe nicht bei Ikea, sondern ich kaufe da, weil... Gibt es. Ja? Gibt es. Ja, ja. Gibt es. Gibt, ähm... Es gibt für alles Luxus, ähm, Artikel und Produkte. Okay. Es sind halt nur nicht zu klassischen. Ja, wobei Apple ist ja nicht, ich würde Apple ja nicht als Lux, ich würde ja Apple nicht mit Rolex oder so vergleichen. Apple ist... Warum nicht? Weil es dafür dann nicht so teuer ist. Also Apple ist ja trotzdem irgendwie für jeden zugänglich. Du kannst es dir ja leisten, wenn du willst. Ja, aber es ist gerade... Es ist ja kein... Also wenn du ein Rolex hast, ist es ein Schattensymbol. Wenn du ein iPhone hast, das ist ja kein... Also, ja, aber du siehst ja heutzutage immer mehr Leute mit... Früher war das so, früher war ein iPhone, boah, du hast ein iPhone. Aber jetzt will ja Apple, dass jeder ein iPhone hat. Im Endeffekt. Und du kannst dir ja... Gut, du kannst dir halt ein altes iPhone einfach kaufen. Klar. Dann hast du halt ein günstigeres. Aber bei Rolex geht das ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich nehme jetzt die alte Rolex und zahl dann dafür irgendwie... Wobei man auch dazu sagen muss, eine Rolex ist nicht viel teurer als ein iPhone. Ne? Ja. Also, ist halt eine andere Kategorie vom Statussymbol. Ja, genau. Aber ich bin da bei dir. Gut, Rolex verdient ja auch im Anschluss nicht mehr mit dir. Ja, okay. iPhone-User, die müssen ja noch für Speicherplatz zahlen, dann im App-Store geben die Geld aus. Also, die... Und Apple hofft halt, dass man sich jedes Jahr Neues kauft. Genau. Das machst du bei einer Rolex jetzt auch nicht unbedingt. Trotzdem würde ich sagen, es ist schon eine Art Status-Symbol. Auch eine iWatch oder Apple Watch meine ich. Oder iPhone ist schon noch Statussymbol, halt massentauglicher als jetzt vielleicht ein Rolex. Ja, das meine ich ja, genau. Aber man muss dazu sagen, Rolex an sich, also wir wollen jetzt nicht über Rolex sprechen, aber das ist ja auch kein... Das ist ja so ein... Das ist ja so ein Gucci-Statussymbol. Das ist halt auch genau das, wo... Das ist gerade noch so für die Masse zugänglich. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hublot oder eine Zenit-Uhr nimmst, was kostet eine Rolex? So 3.000 bis 6.000 Euro. Das ist halt noch machbar. Schau mal eine Zenit. Also, oder es gibt Uhren für 40.000 Euro. Ja gut, klar. So, das ist dann halt... Okay, also kann man es doch wieder. Ja, okay. Man kann es immer auf die Spitze treiben. Ja, okay. Ja, aber ich glaube, was man wirklich mitnehmen sollte für sich ist Positionierung. Also, man sollte sich um die Marke auf jeden Fall Gedanken machen. Ich finde, Einfachheit macht die Sachen einfach für den Nutzerfreundlich. Keep it simple. Fokussieren auf deine Sachen und... Und behandle deine Kunden. Ja. Also, mach deine Kunden zu Fans. Ja? Das auch. Emotionen. Lass... Oh ja. Schaff... Haben wir schon über Emotionen geredet? Nee, noch gar nicht, ne? Aber ja, schaff Emotionen. Absolut. Gut, es gibt ja, also ich würde mich nicht dazu zählen, aber es gibt ja richtige Apple-Jünger, die das so krass feiern und selbst dann noch verteidigen, wenn es sich halt piegt oder abstürzt oder keine Ahnung, ne? Ich gucke da relativ neutral drauf. Ich sage, früher war es halt besser. Mittlerweile hat Windows und so aufgeholt. Aber, nee, es gibt, das haben sie halt geschafft. Sie haben halt Apple-Jünger, wie du schon sagst, die sich dann halt vor den Store stellen. Aber ich meine auch gar nicht, ich meine gar nicht nur das, sondern ich meine zum Beispiel, wenn jetzt Dell einen neuen PC rausbringt, dann sagen die halt, wir haben jetzt 64... Ja, ist egal. Wir haben jetzt 64 GB, wir können jetzt bis zu 64 GB RAM. So, das war's. Das steht dann in den technischen Daten. Aber wenn Apple das rausbringt, dann... Dann feiern sie das. Genau, dann bringen die Emotionen und sagen, die sagen nicht 64 GB RAM statt, weiß ich nicht, vor 32, sondern die sagen dann, was kannst du damit machen? Genau, und es stellt sich einer, der Chef, stellt sich auf die Bühne und fängt an, über dieses Produkt zu reden. Und ich meine, das hat ja Apple sozusagen auch irgendwie geprägt. Früher kannte ich das gar nicht. Wann, doch, wobei, ich glaube, bei Windows 95 hat sich Microsoft auch auf die Bühne gestellt und so ein bisschen gefeiert. Auch wieder da, ne? Sie haben es nicht erfunden, aber perfektioniert. Ja, genau. So ein Elon Musk stellt sich ja auch auf die Bühne und feiert seinen Truck. Das haben die alle irgendwo auch dann von, quasi von Apple mit übernommen. Das ist das, genau. Diese Emotionen reinbringen, Perfektion und ja, die Leute zu Fans machen. Genau, das finde ich immer wichtig, wirklich den Kunden zu seinem Fan zu machen. Aber wie macht man das? Wie macht man den Kunden zum Fan? Mit Emotionen. Ja. Und? Indem du ihn behandelst. Als wäre er der Rockstar. Genau. Und Werte. Ja. Du musst Werte haben, die du ganz klar durchsetzt. Die sich überall wiederfinden. Ja. Die Mitarbeiter müssen die Werte verteidigen und leben. Und, keine Ahnung, ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, dass Apple irgendwie großartig politisch wird oder so. Es passt halt nicht. Stimmt, ja. Oh. Ja. Spannend. Ja, war doch spannend. Also, echt spannend. Haben wir doch einiges da zusammengetragen. Haben wir doch, ja. Fand ich gut. Ja, fand ich auch. Was sagst du jetzt zur Vision Pro? Holst du dir die? Nee. Nee? Nee. Zu teuer noch. Ich bin nicht mehr so der Typ, der das Erste haben muss. Vielleicht die Nächste. Ich werde es auf jeden Fall testen. Auf jeden Fall will ich es testen. Aber ich finde Design-technisch sieht die echt nicht cool aus. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also, wenn ich da das, ich weiß nicht, die Werbung, wo da irgendwie, weiß ich nicht, du sitzt im Flugzeug und neben dir hat jemand diese Brille an, denke ich auch nur so. Hast du mal die Meta-Quest gesehen von Facebook? Ja, sie hat deutlich schlimmer aus. Nee, tatsächlich nicht. Naja, sehr gut. Guck mal, und das ist genau das Ding. Du kennst die Meta-Quest nicht. Ja. Glaub mir, in zwei Jahren kennst du die. Weil, ich sag dir, wie es laufen wird. Ich, ich, guck mal, ich lehne mich jetzt mal hier aus dem Fenster. Wir hören uns diese Folge in einem Jahr nochmal an. Ich sag dir, was passiert denn? Apple bringt die Vision Pro raus. Jeder sagt, scheiße brauche ich nicht. Viel zu teuer. Dann werden die ersten Leute tatsächlich mit dem Ding, obwohl es für zu Hause gemacht ist, werden sie es draußen in der Bahn anziehen. Okay. Ja, die stecken sich den Akku in die Hosentasche und sitzen damit in der Bahn und machen das. Und dann denkst du, hä? Ja, genau. Ihr seht ja komisch aus. Ja. Aber das irgendwie ist auch cool. Ja. Und man will wissen, was die machen. Und dann wird sich das verteilen. Und die nächste Version wird vielleicht ein bisschen günstiger. Und kleiner wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich für so ein, ja. Genau. Aber dann siehst du halt immer noch mehr Leute in der Bahn und im Zug und im Flugzeug mit dem Ding rumsitzen. Und plötzlich hat irgendwie dein Cousin oder irgendjemand hat das zu Hause. So, und dann willst du es ausprobieren und denkst, oh, das ist geil. Ja gut, ausprobieren will ich es auf jeden Fall. Ja, das siehst du. Das ist klar. Und dann denkst du, ah, irgendwie ist es schon geil. Und glaub mir, in fünf Jahren ist das Thema, dass wir so ein Vision-Pro-Ding irgendwie zu Hause nutzen und nicht mehr irgendwie vielleicht am Laptop sitzen, vielleicht. Wer weiß. Also das ist jetzt eine gewagte These. Aber ich glaube, dass sie schaffen werden, dieses, was wirklich dämlich aussieht, dieses Produkt cool zu machen. Das kann sein. Dass die Leute dann mit dieser Brille irgendwo im Zug sitzen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Das wird kommen. Ja. Witzig. Ich bin gespannt. Ja. Und dann wird es plötzlich wieder ein Thema. Dann wird es von Samsung plötzlich so eine irgendeine Brille auf einmal geben. Ja, dann lass doch einen Termin einstellen. In zwei Jahren nehmen wir dann die Podcast-Folge auf und reden darüber. Mit der Vision-Pro. Genau. Ja, dann stellen wir euch die. Integriertes Mikro. Wobei, wenn wir richtig schnell sein wollen, dann müssen wir schon im nächsten Monat. Dann fliegen wir jetzt in die USA. Achso, bestellen das vor. Genau. Aber man kann das ja auch, glaube ich, hier in Deutschland schon vorbestellen. Echt? Ich meine, das ist auf der Seite gesehen. Okay, spannend. Na gut, dann mal gucken. Vielleicht doch. Gut. Gute Folge. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Tut uns doch mal einen Gefallen. Lass uns doch mal einen Kommentar da. Was können wir besser machen? Was wünscht ihr euch vielleicht noch für Themen? Ja. Gebt uns einen Daumen nach oben. Folgt dem Kanal für weitere spannende Marketing-Insights. Und hört wieder rein. Ja. Ciao. Macht's gut. Ciao.